Unser Land lag im Sterben. Wir hatten ihrer Macht, nur wenig entgegenzusetzen. Und jetzt rinnt uns die Zeit davon. Das ist deine einzige Warnung. Her damit. Warum sollte ich das tun? Es reicht! Ich hab keine Zeit für deine Spielchen. Was ich brauche, sind Antworten. Die helfen dir auch nicht. Du bist zu spät, du kannst es nicht aufhalten. Es ist niemals auf... Verdammter Nacken! Glaubst du wirklich, du könntest etwas ändern? Es ist zu spät. Es wird alles zerstören. Alles! Nichts kann es jetzt noch aufhalten. Nichts! 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 Risen